Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute mal wieder den Farming Simulator 2015 auf der Map Niederlande zusammen mit dem Toto. Hallo. So, ich fahre jetzt erstmal zum Hof. Und dann schauen wir mal wie das aussieht mit der Silage. Ob wir die Silage fertig haben. Ob wir uns dann jetzt endlich den Hexler leisten können. Und ja. Die Silage ist fertig. Die Silage ist fertig? Ja, ich fahre das Förderband auf. Gut, dann komme ich jetzt vorbei. Dann fahren wir die Silage jetzt zum BGA. Yo, yo, yo. Das leckt. Warum leckt das denn immer, wenn ich hier auf den Hof fahre? Ey, verdammte Acke. Uh, Silage-Berg. Wow. Was denn? Das war mal ein Leck gerade. War ein Leck, sagst du? Das war ein Leck. Willst du den großen Traktor haben zum Fahren? Wäre, glaube ich, besser, ne? Ja. Wöi. 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 voll so BGA wo haben wir dich äh wo ist denn die BGA überhaupt die ist da unten Biomaserheizwerk ach da alles klar lacht er hier wie so ein kleines Mädchen BGA ich komme haben wir überhaupt noch einen Hacker ne ich versuch mal ob es in den Ladewagen hier reingeht Hoffnung stirbt zuletzt die Hoffnung stirbt zuletzt sagt er ja gut dann habe ich immer noch die Hoffnung dass du mich bald Papa nennst das geht das geht also du willst dich mal Papa nennen ja ich nenne dich Papa das ist schön du kriegst dann auch von mir Taschengeld jeden Monat wenn du willst ey das ist aber toll wie viel weiß ich nicht 15 Euro oh das ist aber viel ist ja sehr großzügig scheiß BGA hat zu wie die BGA hat zu ja oder Quatsch ich muss das du musst das Tor aufmachen ja ja als Maul oh man so erstmal wiegen lassen hier den Schied gut wie viel Kilo haben wir denn ach keine Ahnung weißen Karl gibt das Zeig ab ja tut mir leid wo muss ich denn hin kippen ja wahrscheinlich da hinten ne ja dann haben wir aber auch noch einen Abladeträger ich glaube hier kommt Stroh rein ne hier kommt die Lage hin ne ne gar nicht wahr hier kommt Sacksschnitzel hin oder schauen wir eben die Lage wird hier nicht angenommen dann ist das doch der da hinten der Träger der so grün leuchtet fahren wir da mal hin ach bin ich bescheuert ich hab's gefunden oder auch nicht ach mach mal das Licht aus was komm ich jetzt nicht hier rein verdammt komm hier die Tür nicht rein doch jetzt wie denn ist bei dir die Tür offen bei mir ist die Tür offen wie hast du die jetzt aufgekriegt mit O ach hat's mal hab ich probiert ging nicht ja ich werde mir das anschauen ich werde mir das anschauen ich werde mir das anschauen ja wo kippst du das denn ab? und ja kann ich nicht ich hab da nichts zum abkippen kann nicht ich hab noch eine andere Idee ok hm krieg ich aber auch nichts ich krieg hier nur abkoppeln ist aber ein Füllstand drin fahr mal ein bisschen weiter nach rechts mit der Menge nach rechts ja und auch ein bisschen wir sollen gleich neben die BGA fahren ich krieg hier nur abkoppeln fahr mal weg ja gut hier vielleicht wird es ja bei dir anders sein bei mir ist anders ja wie was ja bei mir ist anders kippt gerade ab hm mit deiner Mutter ist es anders komm raus guck dir's an ja ich seh's doch komm als Maul verweck da wow und ich will hoffen wenn ich mit dem Zweiter hänge mit dir hier runterkomme dass du da unten verschwunden bist joo Chef Zeit ist Geld Maul du Vaginalpilz ey so fahr jetzt mal ran hier Otto was denn ich weiß nicht wie du es gemacht hast aber ich bekomme nur abkoppeln hier lass mich mal bitte rein fahr jetzt rein und du skill meister ja ich warte Moment ja gut wenn das so ist jetzt gibt mir das scheiß abkippsymbol ey ich sehe hier gleich die Beta bei mir hat's doch funktioniert jetzt haben wir wieder den Salat ja warum passiert da nicht immer uns warum lege ich so der Bergmann so und abkippen echt jetzt ja wie muss man denn da stehen also ich hab's wirklich nicht hingekriegt total bescheuert kannst mal rein switchen ja warte mal hä hä na gut na gut ja ich wills gar nicht sehen soll ich ne andere Route fahren krasser Unfall hier mit Wasserschaden und so Hochwasser in den Niederlanden kann ich mal mehr in dem Fahrzeug einsteigen ja da ja da ei 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 toto jetzt zurück ok oder würdest du dir vorhin auch angucken ne setz bitte zurück ha 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 du potzer alter du vaginalpilz komm ran und zieh das jetzt rein hier das ist deine Strafe jetzt hm kann man nicht mit Ansinnen sagen ich geh kaputt hier wie man so blöd fahren kann ja also das ist doch wohl nicht wahr ist klar das war ein Leg ich wollte nach her ey das ist doch eigentlich nicht wahr hier ha 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 als ein Maule Super. Aber die Leute können ja mal in die Kommentare schreiben, ob es nicht so ein Bobbycar-Mod gibt. Den würden wir dann auch noch mit reinnehmen. Mit passenden Hänger, bitte. So, und den Chef. Komm, sei ruhig, da ist bloß kein Lust, mal an den Hof zu fahren. Ich wollte gerade deinen Trigger zurücksetzen, aber das geht nicht. Nee, ich sitze drin. Warte, dann setzen wir den Hänger zurück. Dann ist das Silage, Zeug weg. Okay. Hast du Glück gehabt. Und dann müsste ich dir 38.000 auf die Backe hauen. Auf den Gamescom. Wofür war das denn? Du weißt genau, wofür. Jetzt haben uns 38.000 gefehlt für den Häcksler. Jetzt kannst du über das Feld rennen und kannst ihn abfressen. Ich fahre mal eben tanken. Auch noch? Ja, was soll ich machen? Das fehlt uns nachher. Weil du wieder tanken musstest. Ja. Hier war doch eine Hoftankstelle, oder vertue ich mich da jetzt? Ein Hof, da war eine Tankstelle, ja. Ach, da. Na ja. Gut, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Und wir sagen Tschüss und bis morgen. Tschüss.